Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und zwar eine neue Börsenvorstellung beziehungsweise einer 5-jährigen Börsenvorstellung, denn heute geht es um CoinEx. CoinEx ist bereits eine Börse, die seit über 5 Jahren am Markt ist, das heißt wir haben hier schon etwas in Anführungszeichen Tradition, nicht so wie bei neueren Börsen, trotzdem bei sowas immer wichtig, ist das schon Proof of Reserve oder gibt es da irgendwelche anderen Sicherheiten? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen, deshalb bevor wir starten, gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch einen Kommentar unten reinschreiben, weil momentan hat CoinEx auch so eine Aktion zu ihrem 5-jährigen Jubiläum. Wenn ihr da schon länger, sag ich mal, drauf seid, weil ich nutze es eher für meine Altcoins, kommen wir aber gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, könnt ihr da auch was gewinnen. Also wenn ihr da länger als 5 Jahre schon oder halt wenn ihr in diesen 5 Jahren schon bei CoinEx wart, einfach eure Erfahrungen in den Kommentaren oder bei denen in die Telegram-Gruppe reinhauen, dann könnt ihr auch was gewinnen. Ja, und natürlich auch gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signal-Gruppe bei mir joinen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt an mit CoinEx. Wie gesagt, 5 Jahre gibt es die Börse jetzt schon, ich habe schon mal darüber berichtet, weil ich es sehr gerne als Altcoin-Börse nehme. Vor allem für Low-Caps wurden hier öfters mal welche gelistet oder werden ziemlich früh Low-Caps hier gelistet und das ist halt für mich ein bisschen interessanter. Auch wenn ich jetzt vor allem im Bärenmarkt, sollte man ein bisschen vorsichtiger sein, vor allem bei Low-Caps zu investieren oder neuen Pre-Sales oder sowas, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Trotzdem, CoinEx ist da eine Börse, die haben zwar nicht viele, ich glaube 635 müsste hier irgendwo stehen. Ja, genau Tokenmenge, 635, 1044 Märkte, 200 Millionen, 24 Stunden Volumen, also auch gutes Volumen, was hier ist. Ja, und da werden halt ziemlich relativ früh die ganzen Altcoins bzw. Low-Caps drauf gelistet. Und das gefällt mir relativ gut, deswegen nutze ich das hauptsächlich dafür. Auch Traden habe ich schon mal darüber gemacht. Trotzdem, für mich ist es viel, viel cooler, einfach die ganzen Altcoins dort zu holen, weil man sie einfach früh kriegt, dann kann sie dann Spot handeln. Und was natürlich auch wichtig ist und darüber, und das ist einfach das Wichtigste momentan, zumindest in der heutigen Phase, ist einfach dieses Proof of Reserve. Und CoinEx hat es veröffentlicht, hier gibt es Proof of Reserve und vor allem, was haben wir hier die Coins? Bitcoin, Ethereum, CET, also der hauseigene Token, den es hier gibt, USDT, USDC und Shiba. Wobei ich hier immer noch ein bisschen empfehlen würde, Finger weg von USDT, das ist nämlich auch so ein Vorteil, den es hier gibt. Hier könnt ihr den USDC, das ist das Gleiche wie bei einer anderen Börse, die ich jetzt hier nicht nennen werde. Aber wo es USDC gibt, ist dann doch nochmal ein bisschen mehr Sicherheit, meines Erachtens nach. Deswegen auch hier für mich ein Vorteil, USDC, BTC, ETH. Natürlich, der Rest, der wird jetzt so nach und nach veröffentlicht, das gehen die an, aber das sind halt so die wichtigsten Assets. Und wie gesagt, nutze ich eigentlich hauptsächlich eben für diese kleineren Low-Caps. Ja, ansonsten, der CET-Token ist ja auch so ein kleines Low-Cap, in Anführungszeichen Produkt, was ich schon mal vorgestellt habe, für mich oder für mein kleines Low-Cap Portfolio. Mittlerweile sind wir hier bei 33 Millionen Marketer, ich glaube, das letzte Mal waren wir so bei 20, also auch hier haben wir schon wieder 50, 60 Prozent plus gemacht. Man sieht auch hier die Jahresauswertung, klar, ging deutlich nach unten. Trotzdem, man muss sagen, so seit Juli geht es hier, ist ja doch ein leichter Aufwärtstrend erkennbar. Klar, es kommen immer mehr Nutzer natürlich auch, weil CET nach der ganzen FTX-Pleite und sowas, was da passiert ist, dann doch eine etabliertete Börse ist. Und ja, deswegen CET-Token auch weiterhin für mich so ein kleiner Low-Cap-Aspekt, den ich auf jeden Fall nicht unterschätzen würde, der auch in meinem Portfolio weiterhin ist. Auch bei CoinEx kann man, wo kann man denn mittlerweile, ja, weiterhin nur, glaube ich, auf CoinEx, so wie ich das sehe, da hat sich, glaube ich, nichts dran getan. Nee, weiterhin nur auf CoinEx, aber auch hier gilt natürlich, klar, ihr habt dieses Proof of Reserve. Trotzdem würde ich euch raten, jetzt nicht alles halt da in CET-Token oder sowas zu halten. Klar, es ist ein Risiko, es sind nur 33 Millionen Market Cap, ist nicht zu vergleichen mit BNB oder Sonstiges. Wir bei Binance haben, klar, aber es ist halt eine längerfristig etablierte Börse und das ist halt wichtig. Deswegen stelle ich euch die vor. Natürlich seht ihr hier auch alles, was ihr im Endeffekt traden könnt. Ihr habt hier Fan-Token und sowas, die ich noch nie in meinem Leben getradet habe, aber natürlich Chilis und sowas, das ist schon ein bisschen eher interessanter. Dann die ganzen Kryptowährungen, die ihr mit Hebel traden könnt. Also es ist auch schön strukturiert hier alles, ihr könnt hier alles schön, sag ich mal, sortieren. NFTs natürlich auch, was es hier so gibt, Flow, also diese ganzen NFT-Anbieter-Coins und sowas. Also gefällt mir sehr, sehr gut. DeFi natürlich auch ausgewählt. Trotzdem, ich würde hier wirklich immer nur das drauf haben, wo ihr dann auch benötigt. Also das gilt bei jeder Börse, die ich bis jetzt in der Vergangenheit vorgestellt habe. Besucht euch die Börse, einerseits die Proof of Reserve, das ist wichtig. Da gibt es immer noch Börsen, die das nicht gemacht haben. Deswegen mache ich jetzt auch wieder das Video, weil ich auch das beim letzten Mal das nicht in diese große Börsenvorstellung reingepackt habe, habe ich leider irgendwie CoinEx vergessen, auch wenn ich es weiterhin nutze. Aber das sind momentan für mich, es gibt nur BingEx, CoinEx, Binance mitunter noch, auch wenn ich da jetzt alles abgezogen habe, das sind einfach für mich momentan die einzigen Börsen, wo ich noch mit einigermaßen gutem Gewissen sagen kann, okay, das sind so in Anführungszeichen Safety-Börsen. Hier könnt ihr ein bisschen was lagern. Trotzdem, Ledger, Bitbox ist einfach Nonplusultra. Und das gilt auch weiterhin, bitte nie zu viel auf den ganzen Börsen liegen haben. Ganz, ganz wichtig, meines Erachtens nach. Und ja, ansonsten, ganz normale Börse, es funktioniert hier auch wirklich alles gut. Wir gehen mal ganz kurz in die Contracts. Sieht alles flüssig aus, läuft auch flüssig. Wie gesagt, ich habe hier auch schon mal eine Zeit lang getradet. Läuft flüssig, ihr habt hier die Möglichkeit, Hunderterhebel und sowas zu machen. Aber ganz ehrlich, Leute, lasst die Finger davon. Niemals mit Hunderterhebel oder sonstiges traden, kann ich euch einfach nicht empfehlen. Denn bitte macht es nicht. Ihr habt hier genug Auswahl. Wie gesagt, ihr habt hier 635 Token und dann halt eine gewisse Anzahl, wo ihr mit Hebel traden könnt. Könnt es auch hier alles ein bisschen verschieben. Ihr könnt es hell oder dunkel machen. Auch hier, ich habe es in dunkel gemacht, weil es mir besser gefällt. Und ja, und da gibt es natürlich dann auch ein Dankeschön zum vierten Jubiläum. Fünf Jahre, aber für das Jubiläum. Könnt ihr euch dann auch hier nochmal, ich werde euch das alles natürlich unten verlinken. Da gibt es dann auch, keine Ahnung, noch ein paar Preise und sowas, die ihr dann gewinnen könnt. Wie gesagt, verlinke ich euch alles unten. Und ihr seht hier noch ein bisschen so diesen Entwicklungsweg. 2017 begründet, dann die ersten Mitgliedschaften und sowas, bla bla bla. Also so das ganze Gang und Gäbe, was so die letzten Jahre halt passiert ist. Aber etablierte Börses, ist hier noch nie was vorgefallen. Beziehungsweise kann ich jetzt in, ich glaube, eineinhalb Jahre oder so, nutze ich das jetzt vor allem für die CET-Token und ein paar, in Anführungszeichen, die Pre-Sales oder eher Veröffentlichungen und sowas, bis jetzt nichts Schlimmes erfahren. Proof of Reserve, wichtig einfach, auch wenn es bis jetzt nur die fünf, sechs Kryptowährungen sind. Trotzdem wichtig, die sind Safety behaltet. Oder ich nutze es hauptsächlich hier für die CET und wie gesagt ein bisschen eher Re-Coins. Aber wie gesagt, nicht alles auf einer Börse liegen lassen, auch wenn hier Proof of Reserve. Ihr habt natürlich eine App-Store-App, eine Google Play und Android APK. Habt ihr natürlich auch alles. Wichtig für mich, weil es gibt auch Börsen so wie, ah ne, DYDX wollte ich ja mal testen, habe ich dann gelassen, weil die App scheiße war, muss ich ganz ehrlich so sagen. Die App dafür ein bisschen oder deutlich, deutlich besser. Also gefällt mir relativ gut, ist auch für jeden erklärbar. Und ja, ansonsten, Link werde ich euch unten in die Videobeschreibung posten, wenn ihr Bock darauf habt, euch da anzumelden. Denn ansonsten war es das dann, glaube ich, schon von meiner Seite. Wie gesagt, wenn ihr da, wenn ihr schon länger bei der Börse seid, kann ich euch nur empfehlen, geht auch in die Telegruppe von CoinEx. Auch da findet ihr dann nochmal ein paar mehr Infos, auch zu diesem 5-jährigen Jubiläum und sowas, wie ihr da mitmachen könnt und so. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ja, wie gesagt, Link packe ich euch in die Videobeschreibung, kriegt ihr, glaube ich, noch 15% oder so. Es ist kein richtiger Raffling, den kriegt, glaube ich, jeder, diese 15%. Also das ist nichts Besonderes. Müsst ihr aber nicht, könnt euch auch ganz normal anmelden. Also ich bin da nicht darauf angewiesen, dass ihr euch jetzt extra anmeldet. Und schaut euch die Börse in Ruhe an. Testet sie erst einmal, bevor ihr hier wirklich einen Haufen Kohle reinsetzt. Trotzdem, CET-Token ist immer noch so mein kleiner Favorit für die nächsten Monate, Jahre. No financial advice, by the way. Aber trotzdem. Gut, das war es von mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.